So Helen, für das G hast du jetzt ja eine sehr komplizierte Position ausgedacht und du hast dich für das kleine G entschieden. Sieht super aus und du hast jetzt eine Dehnung schön auch mal auf deiner linken Seite vom Brustkorb. Atme mal tief ein in der Position. Tief, tief, vielleicht tief in die linke Seite und dann kannst du wieder auf G ausatmen. Prima!